6 Heilmittel gegen Parasitenbefall Parasitenbefall ist ein häufiges Problem im Darm. Eine Verbesserung deiner Ernährung ist unerlässlich, um etwas gegen diese unerwünschten Gästen zu tun. Zum einen gibt es bestimmte Lebensmittel, die du nicht mehr essen solltest. Und zum anderen gibt es auch natürliche Heilmittel, die bei Darmparasiten helfen. Parasitenbefall im Darm kommt viel häufiger vor, als man denken würde. Leider erkennt man oft die Erkrankung nicht. Denn die Symptome können leicht mit anderen Beschwerden verwechselt werden, Verdauungsprobleme, Nervosität, Reizbarkeit, Juckreizetg. In diesem Artikel stellen wir dir 6 Naturheilmittel vor. Sie alle sind sehr effektiv, um Parasitenbefall im Darm zu verhindern und zu behandeln. Denn mit diesen Lebensmitteln kannst du auf natürliche Art und Weise für einen sauberen und gesunden Darm sorgen. Was solltest du beachten? Fommentierte Lebensmittel gegen Parasitenbefall Auch wenn unser Körper gesund ist und sich im Gleichgewicht befindet, können Parasiten eindringen. Jedoch kann unser Organismus diese dann normalerweise auf natürliche Weise beseitigen. Doch häufig ist unser Körper mit Giftstoffen belastet. Und darüber hinaus ernähren wir uns auch nicht immer gesund. In diesen Fällen kann sich unser Körper nicht ausreichend vor diesen Krankheitserregern schützen. Im Allgemeinen ist der beste Weg, um Parasitenbefall sowie die damit verbundenen Erkrankungen zu verhindern, bestimmte Produkte nicht mehr einzunehmen. Dazu gehören Milchprodukte, Alkohol und Zucker. Auch Früchte mit zu viel Fruktose solltest du vermeiden. Gleichzeitig ist es ratsam, mehr frische Lebensmittel zu essen. Und außerdem solltest du auch vermehrt fermentierte Produkte, Käfer, Naturjoghurt, Sauerkraut konsumieren. Darüber hinaus sind auch Probiotika eine weitere ausgezeichnete Ergänzung. Denn sie helfen dir, eine starke und gesunde Darmflora zu erhalten. Eine gute Darmflora ist der beste Weg, um Parasitenbefall vorzubeugen. Denn dann können sich die Parasiten nur schwer einnüsten. Außerdem ist eine gesunde Darmflora auch sehr wichtig für unser Immunsystem. Heilmittel gegen Parasitenbefall Erste Knoblauch Knoblauch ist ein klassisches Mittel zur Behandlung von Infektionen durch Parasiten. Auch bei allen möglichen anderen Arten von Krankheitserregern hilft er, Viren, Pilze und Bakterien. Seine starke antibiotische Wirkung macht ihn zu einem idealen Naturheilmittel. Der weiße Knolle ist wirklich gut zur Behandlung, wenn unsere Abwehrkräfte schwach sind. Damit Knoblauch eine antiparasitäre Wirkung entwickelt, muss man ihn roh verzehren. Es kann aber sein, dass du das vielleicht nicht so gut verträgst. In diesem Fall kannst du ihn zum Beispiel auf geröstetem Brot verteilen. Oder du machst dir einen leckeren Gazpako mit viel Knoblauch. Eine weitere Möglichkeit ist die berühmte und uralte tibetanische Knoblauchkur. Nicht zuletzt kannst du auch auf Knoblauchölkapseln zurückgreifen. Zweite Papayasamen Papaya ist eine tropische Frucht. Sie hat ausgleichende Wirkung auf das gesamte Verdauungssystem. Aber es gibt etwas, was gar nicht so bekannt ist über dieses Lebensmittel. Und zwar haben die Samen der Papaya antiparasitäre Eigenschaften. Sie zeichnen sich durch ihre runde Form und ihren würzigen Geschmack aus. Um Papayasamen als Heilmittel zu nutzen, musst du sie zerquetschen oder in einem Mixer zerkleinern. Du solltest sie mehrere Tage hintereinander auf nüchternen Magen zu dir nehmen. Du kannst sie auch direkt mit dem Papayasaft vermischen und dann so trinken. Dritte Kürbisskerne Kürbisskerne sind reich an Kurkobiten. Diese Aminosäure lähmt einige Arten von Parasiten und erleichtert zu deren Ausscheidung. Aus diesem Grund sind Kürbisskerne eine hervorragende Option, zu der du täglich greifen kannst. Falls du bereits Parasitenbefall hast, empfehlen wir dir, täglich 30 rohe Kürbisskerne auf nüchternen Magen einzunehmen. Wenn du magst, kannst du sie gemahlen essen. Anderenfalls musst du sie gründlich zerkornen, damit sie ihre Wirkung entfalten. Vierte Ingwer Ingwer gegen Parasitenbefall Ingwer ist ein Gewürz, das sich durch seinen besonders würzigen und erfrischenden Geschmack auszeichnet. Es hat enorm viele medizinische Eigenschaften. Deshalb solltest du es dir zur Gewohnheit machen, täglich Ingwer zu dir zu nehmen. Gerade Frauen wird Ingwer anempfohlen. Darüber hinaus ist es eines der wirksamsten Gewürze zur Bekämpfung von Parasitenbefall. Du kannst den Tag beispielsweise mit einem Ingwer-Tee beginnen. Oder du mixt ihn zu einem Obstsaft dazu. Dabei kannst du einen Saft aus Orange, Apfel oder Birne oder anderen Früchten machen. Vorbeugend kannst du Ingwer auch als Gewürz zu allen möglichen Gerichten verwenden. Er passt sowohl zu süßen als auch zu salzigen Rezepten. Zudem zeichnet sich Ingwer dadurch aus, dass er geschmacksverstärkend wirkt. Außerdem macht er lebensmittelsaftiger. Fünfte Gewürznelken Bei der Nelke handelt es sich um ein Gewürz mit ausdrucksstarken Geruch. Auch kann man seinen Geschmack bei vielen altüberlieferten Heilmitteln herausschmecken. Heutzutage verwendet man jedoch die Gewürznelken nicht mehr so häufig. Das liegt vor allem daran, dass ihre Eigenschaften heute noch weitgehend unbekannt sind. Du kannst täglich morgens auf nüchternen Magen eine Gewürznelke zerkauen. Das hilft, sowohl die Parasiten als auch ihre Eier zu beseitigen. Denn die Gewürznelke hat eine starke antibakterielle Wirkung. Außerdem kannst du die Gewürznelke auch zum Würzen in Eintöpfen und Desserts verwenden. Sechste Apfelessig Zuletzt stellen wir dir noch Apfelessig als ein ganz einfaches Mittel zur Bekämpfung von Parasitenbefall vor. Auch hat Apfelessig ganz allgemein gute Auswirkungen auf deine Gesundheit. Um mit ihm gegen Parasitenbefall vorzugehen, solltest du ihn stets auf nüchternen Magen und mindestens eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten einnehmen. Dabei solltest du ihn natürlich immer mit Wasser verdünnen. Am besten nimmst du reinen, ungefilterten und nicht pasteurisierten Apfelessig. Denn so kannst du sicher gehen, dass die enthaltenen Enzyme und Probiotika intakt sind. Und dann trägt Apfelessig auch sehr gut zur Regeneration der Darmflora bei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017